Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu Aktien im Fokus, Ihrem persönlichen Aktienmarkt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, heute ist Dienstag, der 13.01.2015. Wir haben 11.51 Uhr, ganz genau. Der DAX startet positiv in den neuen Handelstag. Wir haben heute ein bullisches Momentum, knappe 120 Punkte konnte der DAX bereits letztendlich hier ansteigen. Wir hatten ja eine starke Unterstützung gestern hier nochmal sehr volatil angetestet. Bei 9620 Punkten sahen wir durchaus einiges hier an abgehackten Bewegungen, bevor es dann letztendlich hier zur nächsten bullischen Bewegung überging. Weitere Long Impulse sind allerdings erst über 9.885 Punkten zu erwarten, denn wenn Sie sich hier mal das anschauen, dieses letzte Hoch, daran scheitern wir aktuell und das ist notwendig, damit der DAX weitere Impulse generieren kann. Aktuell, wenn wir so schließen würden, wäre das positiv, denn hätten wir nämlich diese abwärtsverlaufende Trendlinie, die ja einen Teil des Dreiecks darstellt, gebrochen. Das ist schon mal positiv, aber das reicht noch nicht aus. Deswegen ein Tagesschlusskurs über 9.880 Punkten würde hier bis in den Bereich von 9.950 Punkten führen und erst ab 9.950 Punkten wäre dann Platz bis in den Bereich von 10.100 Punkten. Wirklich short ist der DAX erst dann, wenn wir hier unter 9.370 Punkte fallen. Das heißt, jetzt sieht es aktuell noch bullisch aus und wenn wir uns vor allem mal den Dow Jones angucken, auch der ist aktuell noch in einem Dreieck. Wir sollten hier bullisches Momentum sehen über 17.950 Punkten, dann bis in den Bereich von 18.100 und 18.400 Punkten. Das ist so der erste nennenswerte Punkt, wo auch Bewegung entstehen sollte. Unterhalb, und das ist wichtig im Dow Jones, unterhalb von 17.560 Punkten erwarten wir eine abwärtsgerichtete Korrektur in den Bereich von 17.364 Punkten. Da wäre dann die nächste übergeordnete Long-Möglichkeit. Von Short-Positionen kann man im Dow Jones aus meiner Sicht erst dann sprechen, wenn wir hier mindestens einen H4-Schlusskurs unter 17.000 Punkten sehen. Da sind wir noch sehr weit von entfernt. Aktuell sind mehr oder weniger drei Marken im Fokus. 17.950, bullischer Durchbruch nach oben, dann eventuell die 17.540, 17.550 hier in dem Bereich. Wenn es da drunter geht, hier dann die Korrektur und hier unten dann wieder die Long-Möglichkeit. Auch der S&P zeigt sich momentan konsolidierend. Der Marktbreite-Index wäre auch noch mal sehr interessant. Da muss man noch mal hier näher schauen, wenn wir über 2071 Punkte ansteigen könnten. Es reicht nicht nur, dieses Dreieck zu brechen, denn wir haben auch noch hier relativ viele statistische Widerstände und vor allem das letzte hoch. Also die amerikanischen Indizes innerhalb des Dreiecks. DAX wagt sich schon mal ein bisschen raus, aber die wirkliche Bestätigung sehen wir erst dann, wenn gerade hier der S&P als auch der Dow Jones Bullish ausbrechen können. Ich habe Ihnen heute mal wieder sehr interessante Aktie mitgebracht. Lassen Sie uns da mal einen Blick drauf werfen. Fangen wir an mit der Continental-Aktie. Hier auf dem Stundenchart, also eine Kerze spiegelt den Handelsverlauf von einer Stunde wieder. Aktuell haben wir ein bullisches Marktmuster. Untergeordnet steigende Tiefpunkte, aber wir haben hier deutliche Schwierigkeiten aktuell und das sieht man hier im untergeordneten Stundenchart im Bereich hier der 177er Marke. Wenn es da drüber geht, dann ist Potenzial nach oben hin vorhanden und das wäre sowohl übergeordnet als auch untergeordnet ein interessanter Trade. Aktuell, wie gesagt, keine Short-Position, weil eben das Marktmuster Bullish ist. Der DAX bricht aus. Eine Menge DAX-Aktien stehen auch hier vor dem Ausbruch. Das betrifft ja nicht nur die Continental, sondern auch beispielsweise die Daimler. Auch die steht jetzt kurz vor neuen Höchstständen. Wir hatten ja hier die Höchststände aus dem Jahr 2014 im Bereich der 70-Euro-Marke und wenn wir uns das mal hier angucken, dann sehen wir, die attackieren wir jetzt auch. Kommt es also bei der Daimler-Aktie, das müssen wir hier nochmal kurz anpassen, kommt es also bei der Daimler-Aktie hier zu einem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich von 71 Euro, ich würde fast über die 72 gehen, dann ist auch hier weiteres bullisches Potenzial vorhanden und weiter steigende Kurse bis in den Bereich von 76 Euro sollten dann folgen. Aktuell keine Short-Position. Man könnte natürlich auch sagen, naja, wenn er gerade an den Jahreshochs 2014 ist, warum dann nicht shorten? Ist doch möglich. Sicherlich, möglich ist vieles. Nur, wenn man sich mal dieses Marktmuster anschaut, dann hatten wir hier kurzfristig eine abwärts geneigte Korrektur oder auch untergeordnet einen abwärts geneigten Trend, der aber dann wieder hier umgekehrt wurde und man sieht deutlich, dass bullische Marktmuster aktuell jetzt hier, wir haben steigende Tiefpunkte aktuell, das Tief hier so bei 55 Euro, dann das Tief bei 60. Das heißt, der Markt drückt nach oben und das ist in der Regel ein Indiz dafür, dass die Daimler-Aktie auch ausbrechen sollte nach oben. Ich meine, wenn sie jetzt Short korrigiert, dann ist es eben so. Aber gegen dieses Momentum anzugehen, ist relativ gefährlich. Schauen wir mal auf die Henkel-Aktie. Auch die, bullisch durchgebrochen, die Bilanz oder die Ertragssaison hat ja jetzt gestartet. Alcoa hat ja gestern Zahlen präsentiert, war ein bisschen besser als erwartet und von daher, ich glaube, die hatten einen heftigen Verlust. 2,4 Milliarden, jetzt sind sie ein bisschen im Gewinn mit 160 Millionen, das ist schon mal positiv. Konnten natürlich auch von einem stark gestiegenen Aluminium-Preis profitieren, das sowieso. Century Aluminium ist mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Können Sie sich ja mal angucken. Century Aluminium in der Krise 2008, glaube ich, auf 2 Euro, 1, 2 Euro. Jetzt stehen wir bei 20, in der Spitze auf 25 gestiegen. Also hier eine Verzehnfachung, ein sogenannter Tan-Bagger. Nicht verkehrt, aber es gibt auch weitere gute Chancen, unter anderem hier die Henkeler-Aktie. Wir hatten hier lange Zeit einen Widerstandsbereich, den wir nicht wirklich überwinden konnten. Und mit dem Durchbruch hier, das können wir vielleicht noch mal besser hervorheben, mit diesem Durchbruch haben wir ein sehr, sehr bullisches Momentum gesehen. Aktuell scheitern wir an der 94er Marke. Wenn wir jetzt eine Korrektur sehen sollten, würde mich das nicht überraschen. Die muss nicht kommen, aber spätestens hier in diesem Bereich wird es interessant für Kaufpositionen. im Bereich der 90, im Bereich der 91er Marke. Spätestens dann erwarten wir hier eigentlich weiter steigende Kurse. Wir sind gerade auf dem Stundenchart. Und auch hier sehen wir untergeordnet ein durchaus bullisches Momentum. Nach dieser Konsolidierung sind wir hier sehr, sehr schön nach oben hin ausgebrochen mit steigenden Tiefpunkten. Und das ist eben genau der Punkt, den wir auch, glaube ich, gerade bei der Daimler-Aktie hatten. Hier drückt der Markt auch ebenfalls. Ist zwar nur der Stundenchart, aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Nicht nur das gleiche, sondern dasselbe. Die gleichbleibenden Hochpunkte stellen so eine Art Barriere dar. Und die Tiefs drücken so lange nach oben, bis es halt irgendwann mal zu einem Durchbruch kommt. Und die Gefahr eben, deswegen kein Short in der Daimler-Aktie, auch wenn es verlockend ist, mag sein, dass er konsolidiert, weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel in der Form. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich von diesem Glaskugel-Trading auch distanziert. Also wer weiß schon, wohin die Märkte gehen. Was wir allerdings wissen, sind Punkte, an denen Bewegungen entstehen können. Zum Beispiel hier. Und die gilt es für sich zu nutzen. Das heißt, wir versuchen nicht für den Markt eine Richtung zu definieren und zu gucken, ist unsere Analyse in der Form, können wir den Markt so gesehen vorprognostizieren, sondern wir sind reaktiv. Wir warten, bis der Markt sich entscheidet und springen dann auf den Zug auf. Und das wäre hier in dem Fall eine, in dem Fall ist das Ausbruch-Setup ja schon ad acta zu legen. Aber das Korrektur-Setup ist hierhin noch im Fokus. RWE, jetzt habe ich hier ein E dazu gemacht. RWE auf dem Stundenchart. Sehr bärisch, klassischer Underperformer, deutlich unter Druck. Wir sehen auch hier, der Markt ist in einem klassischen Abwärtstrend. Das Marktmuster ist deutlich bärisch. Wir können hier keine höheren Hochs oder höheren Tiefs generieren. Im Gegenteil, fallende Tiefs, fallende Hochs. Das ist negativ. Wir sind jetzt sehr weit in der Bewegung 22,95. Da stehen wir aktuell gerade. Von daher, wenn jetzt mal eine kurze Gegenbewegung kommt, eine bullische, ist das durchaus positiv. Ich würde den Fall aber nicht grün einzeichnen, weil der Trend immer noch short ist. Das bedeutet, der rote Pfeil spiegelt einfach nur den Korrekturcharakter wieder. Es ist lediglich eine Korrektur. Von einem Aufwärtstrend ist hier noch nicht die Rede. Da für einen neuen Aufwärtstrend müsste die RWE, ich bin immer noch bei RWE, aber das hat jetzt nichts mit der RWE zu tun. Für einen neuen Aufwärtstrend müssten wir mindestens hier über diesen Widerstandsbereich, ich mache den jetzt mal ein bisschen gelb, müssten wir hier mindestens über die 25er ansteigen, Minimum. Ja, zumindest müssten wir das Marktmuster umkehren. Das heißt, wenn jetzt die RWE-Aktie auf die 24 Euro nochmal korrigieren sollte, gäbe es da auch nochmal ein Short-Setup in über- und untergeordneter Trendrichtung. Gut, dann Liberty Global. Wir sind mittlerweile bei den amerikanischen Aktien angelangt, meine Damen und Herren. Sehr bullisch hier auf dem Tagesschart aktuell. Was mir sehr, sehr gut gefällt ist oder was sehr schön zu beobachten war, war hier dieser konsolidierende Charakter. Lief etwas schmutzig, muss man dazu sagen, aber spätestens mit dem Bruch der 44er Marke 45, aller spätestens mit dem Bruch dieser letzten Hochs, setzt da ein schönes bullisches Momentum ein. Was mir ganz gut gefällt, ist vor allem, dass wir jetzt durchaus stärker konsolidieren. Wenn die Konsolidierung noch ein wenig stärker ausfallen sollte, also praktisch nochmal eine Verstärkung sehen sollten, dann ist hier spätestens im Bereich der 45 Dollar Marke die TagesEMA 200 inklusive der psychologischen 45er als auch natürlich hier das Pullback an die blaue abwärtsverlaufende Trendlinie. Spätestens da erwarten wir dann eigentlich, er muss nicht bis dahin, aber da wäre eben qualitativ eine hohe Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass wir hier drehen. Stichwort Punkte der Bewegung. Was haben wir noch auf dem Plan? Marriott, ganz klar, hier auf dem Stundenchart. Auch hier sehen wir einen konsolidierenden Charakter aktuell. Wir kamen nicht weiter im Bereich dieser gelben Widerstandsmarke und das ist natürlich auch ein Setup, das man kurzfristig traden kann. Hier über der 79, 20er Marke circa. Geht es da drüber, dann wäre ein Long Trade hier durchaus zu vollziehen. Machen wir jetzt mal einen blauen Pfeil und spätestens dann sollte der Stop unter der 78er liegen. Das heißt wesentlich drunter. Machen wir mal den Stop in Rot. Wesentlich. Also hier sollten wir dann nicht mehr drunter fallen, weil dann ist der Ausbruch im Prinzip gescheitert. Also von daher auch hier Bullish, die Marriott und ebenfalls Bullish und da kommen wir zur letzten Aktie, das ist die Microsoft. Microsoft hier auch da in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Wir konsolidieren aktuell hier in einer breiteren Bullischen Flagge zwischen 50 und 46 Dollar. Aktuell ist es so, dass wir, deswegen zeichnen wir sie auch grün ein. Deswegen werden wir jetzt auch hier keine Short-Position mehr aufbauen. Wir hatten zwar zwei kurzfristige Ausreißer nach unten, aber prinzipiell gilt das noch als Bullisches Marktmuster bei einem Ausbruch. Auch hier, wir konzentrieren uns auf die Ausbrüche. Idealerweise nicht nur bei der Flagge, also nicht nur hier über der 48er Marke. Das wäre tendenziell schon ausreichend. Aber was ich noch eher sehen möchte, ist vor allem, und das machen wir mal vielleicht orange, ja das trifft es, ist ein Bruch dieses letzten Hochs. Der Markt muss uns auch zeigen, er ist es wert. Nicht Sie laufen dem Chart hinterher, sondern der Chart arbeitet für Sie. Und daher würde ich jetzt hier prinzipiell weniger auf Risiko gehen, sondern mich eher nochmal darauf konzentrieren, dass wenn er hier ausbricht über die 49er Marke, dass dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die nächste übergeordnete Bewegung einsetzen sollte. Auch da nochmal, wie gesagt, der Hinweis. Das muss auch nicht hier der Fall sein. Es kann ja auch sein, dass er jetzt eben nochmal konsolidiert. Das ist ja egal. Dann konsolidiert er eben hier nochmal. Den Pfeil lassen wir schön grün. Es kann ja auch sein, dass er hier unten nochmal konsolidiert und die bullische Ausbruchsbewegung eben dann hier unten passiert. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man sich hier auf diese bullische Flagge konzentriert und das im Fokus hat. Und das ist letztendlich hier einer der Punkte, die uns natürlich interessieren sollte. Von daher, weitere Setups sind vorhanden. Der DAX, können wir kurz drauf gucken, wie er sich gerade generiert. Auch der DAX zeigt sich momentan stark. Also momentan ist noch nichts von einer großartigen Trendwende zu sehen. Weitere Setups sind natürlich dann morgen von uns zu erwarten für die Mittwochsausgabe, für den 14.01.2015. Das war es zumindest für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie denn mögen, würde ich mich über eine positive Bewertung des Videos freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen heute viel Erfolg, good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen. Das war es zumindest für heute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche und es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!